Warnung! Eine falsche Ausführung dieser Schritte kann zu Problemen führen. Ich übernehme keine Verantwortung für Schäden, die Sie verursacht haben. Wenn Sie sich entscheiden, 000.exe selbst zu testen, tun Sie dies bitte in einer virtuellen Maschine. Führen Sie es niemals auf Ihrem Haupt-PC aus, wenn Sie nicht wissen, was Sie tun. Senden Sie es niemals als Scherzprogramm. Ich übernehme keine Verantwortung für Schäden an Ihren Dateien, Ihrem Betriebssystem, Ihrem PC, Ihrem Laptop, Ihrem Tablet oder Ihren persönlichen Gegenständen. Wenn Sie diese Nachricht verstehen, können Sie sie auf eigene Gefahr herunterladen. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.